ja dann lass uns doch mal ganz schwarz ich glaube hier sind wir in dem downhill bereich angekommen mein freund ja auf jeden fall erkundungstour ja gut dass er es erst mal gesagt ja 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 Oh, ho, ho! Oh, ho, ho! Oh, ho, ho! Oh, ho, ho! Ich war zu groß! Oh, das ging in die Eier, ey! Oh, ha, ha! Muss man damit nicht zusammenreißen! Alter, sind die Kurven hier geil! Auch witzig! Ja, die muss man nicht noch ein zweites Mal haben, aber witzig war sie trotzdem! Der ist noch nicht so schlimm! Von hier unten sieht es ganz fies aus! Nein, das machst du! Ja, toll! Das kann schon passieren! Rainer denkt, wir wären das schon mal gefahren! Ja, sauer, das macht er locker! Locker, locker, locker! Wow! Witzig! Das ist sauer! Ich habe nicht gesehen, wo du gelandet bist! Oh, das kippt aber! Das ist aber geil! Sauber! Du warst aber auch ziemlich schnell! Der da oben haut mehr! Der ist total so alt! Sauber! Kilo! Ha ha! Wow! Kilo! Geil! Ich finde ihn jetzt nicht fertig! oh 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 Jetzt sind wir wieder richtig Cross-Country-mäßig, ne? Ich baue einfach noch mal ne Kurve und noch ne Kurve. Er hat die Kick. Witzig aber. Wow, der kickt aber. Was ist das denn? Witzig. Wie geil das einfach ist, oder? Wenn das der Typ sieht. Achtung, ich komme. Wow, vor allem da hinten ist ja noch ein Baum im Weg, wenn man das verkackt. Da rein. Ach so, das ist ja witzig. Wenn man sich das trauen würde und könnte, wäre es auch gut bestimmt. Ja gut, ich kann beides nicht. Krasser Scheiß hier. Es ist so witzig, ne? Dann fährst du auf der einen Seite voll die Cross-Country-Line. Das könnte man schaffen. Das Link schaffst du auch locker. Also ich würde es jetzt nicht mit Halbschale machen, muss ich sagen. So, Rainer, dich haben beschlossen. Nein. Ja, aber lass doch fahren. Ist doch egal. Und jetzt schwarz. Ja, toll. Mich hat zu spät entschieden, dass ich das machen würde. Boah, die hat Spaß gemacht. Ich habe einen kleinen Drehwurm, ich bin ein bisschen durcheinander. Ich weiß nicht, was mit dir ist. Es hat Spaß gemacht. Da sind ein paar richtig witzige Sachen drin, die sich auch gut fahren ließen. Oh. Wollt ihr mich festhalten? Das brauche ich nicht. Aber insgesamt sehr Cross-Country mäßig. Also so. Kurve an Kurve an Kurve an Kurve. Und wenn du denkst, du kannst jetzt mal irgendwie da fahren, dann kommt noch eine Kurve, noch eine Kurve, noch eine Kurve. Da sind manchmal ein bisschen unnötig viele Kurven. Aber wenn man Cross-Country ballern will, glaube ich ganz witzig. Mal schauen, was uns jetzt noch einfällt. Mal schauen, was uns jetzt noch einfällt. Mal schauen. Mal schauen.